Willkommen zum X-Tipp Spieltagstipp. Hier heute mit mir Daniel Tönges von den Städten und mit Tom auch von den Städten. Heute tippen wir den 17. Spieltag für euch und es geht los mit Egen Büttel gegen unsere Freunde aus Blankenese. Blankenese holt da ein 2 zu 0 in Egen Büttel. Dann haben wir Roland Wedel gegen HEBC. Roland Wedel gewinnt zu Hause 3 zu 1, sag ich. Ranzaulauf gegen Hansa Elf ran. Das gibt ein 2 zu 2. Dann haben wir noch Pinneberg gegen den Städten, da müssen wir auf den Grand ran. Das wird ein schwieriges Spiel, aber ich sag mal 4 zu 1 für uns. Dann haben wir Kummerfeld gegen Lied. 2 zu 0 für Kummerfeld, die sind sehr heimstark. Germania muss zu Hause gegen Lurup ran. Da spielen sie 1 zu 1. Und dann haben wir Quickborn gegen Rugen Bergen. Da gewinnt Quickborn 4 zu 0. So groß sag ich so? Ja sag ich. Alles klar. Und mich mal auf deinen Tipp über Schanze gegen Hals und Grellingen. Das ist ein enger, ein kleiner Platz. Da sag ich mal, dass Sternen-Schanze da ein 2 zu 2 holt gegen Hals und Grellingen. Ja, dann sind wir schon durch. Und danke fürs Zuschauen und kommt gerne mal rum hier auf dem Quellenteil. Beste Anlage, beste Bratwurst. Ab geht das. Dankeschön.